Die Springer-Party, die war zwar gestern, gibt es heute für die beiden vielleicht noch ein Getränk, ein Freigetränk? Ja, wir haben leider, glaube ich, was ich so mitgekriege, alle Bier aufgebraucht in unseren Containern, aber wir haben noch sehr viele Palettenradler, die wollen irgendwie keiner haben, die können sie gerne haben.